Nicht nur darüber, sondern auch über ein paar andere Dinge möchte ich sehr gerne mit meinen beiden Gästen sprechen. Jörg Meuthen ist bei mir von der AfD, der Bundessprecher, im Grunde der Parteivorsitzende und neben Ihnen Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Frau Göring-Eckardt, Sie kommen aus Thüringen, Sie haben in Sachsen studiert, Sie machen jetzt seit Jahren Politik. Ist Ihnen da in den letzten Jahren tatsächlich irgendwas durchgegangen? Welche Fehler haben Sie gemacht, dass sich diese Wut da so aufgestaut hat? Ich glaube, es gibt ja auf der einen Seite die Wut, die Sie jetzt gezeigt haben in dem Film, auf der anderen Seite gibt es ja in dem gleichen Ort in Chemnitz eine ganze Reihe von aufrechten Bürgern, die dort für die Demokratie kämpfen. Und wenn Sie fragen, was habe ich versäumt oder was haben andere in der Politik versäumt oder unterschätzt, dann würde ich sagen, ja, wir haben nicht ausreichend gesehen, dass es in Ostdeutschland viel zu viele Menschen gibt, die mit Enttäuschung, mit Frust, mit einer Erfahrung von Verlust in den letzten 28 Jahren unterwegs sind. Das hat angefangen, glaube ich, mit der Treuhand und damit, dass im Grunde genommen von Westdeutschland aus alles übernommen worden ist. Und ich bin im Osten aufgewachsen. Ich habe immer gedacht, irgendwann wird sich das erledigt haben. Das wird sich schon so zusammenwachsen und man muss jetzt gar nicht immerzu von dem Osten reden. Das glaube ich bis heute. Aber diese Erfahrungen, finde ich, müssen wir thematisieren. Uns muss klar sein, es gibt Menschen, die haben die letzten Jahre nicht als etwas Positives empfunden, obwohl Freiheit, obwohl Verbesserung von vieler Art von Lebensbedingungen der Fall ist. Was man von den Menschen ja vor Ort immer wieder hört, ist klar, was Sie gerade auch angesprochen haben, die Enteignungen, dass die Renten noch nicht angeglichen wurden, gebrochene Biografien und vieles, vieles mehr. Auch der, ein bisschen der, ich sag mal, der arrogante Westen, der immer so ein bisschen stiefmütterlich gen Osten geguckt hat. Das sind ja viele Dinge, die einem die Menschen dort auch erzählen. Haben Sie aber auch Verständnis tatsächlich für die Wut? Und ich rede jetzt noch nicht, das müssen wir hier fein sauber trennen, über die, die im Grunde wirklich Kanackenklatschen gerufen haben, die Heil Hitler gerufen haben und den Nazi-Russ, sondern ich rede wirklich über die anderen. Haben Sie für diese Wut Verständnis? Ich habe Verständnis für Enttäuschung, ich habe Verständnis für Frust und ich habe an manchen Stellen auch Verständnis für Wut. Na klar, also es hat Leute gegeben, die sind arbeitslos geworden Anfang der 90er, sind dann von einer Umschulungsmaßnahme in die nächste gekommen und die hatten nie die Perspektive, dass sie in diesem gemeinsamen Land mal ankommen. Und dann wurden sie irgendwie von anderen aus Westdeutschland auch noch damit konfrontiert, dass die es eben nun mal besser wissen. Also dafür habe ich total viel Verständnis, wenn es umkippt. Wenn es darum geht, dass man jemanden schuldig machen will, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und das sind dann im Zweifelsfall immer die Geflüchteten, da ist Herr Meuthen irgendwie mal an der Spitze, dass man die dann auch zuständig macht für das, was in unserem Land passiert ist. Dann habe ich kein Verständnis mehr dafür, sondern dann sage ich, nein, dagegen trete ich an und dagegen trete ich auch auf. Herr Meuthen, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie oder erklären Sie den Rassismus, den wir ja aber auch in Teilen eben dort gesehen haben, tatsächlich mit einem Tötungsdelikt, was ja noch genau aufzukehren ist, von wem es dann eigentlich begangen wurde? Ich entschuldige und relativiere gar keinen Rassismus. Rassismus ist indiskutabel. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich denke, dass alle Demokraten diese Position haben. Und der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat sich ja in den letzten Tagen auch häufig geäußert. Und er sagte unter anderem, wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten. Sehen Sie das tatsächlich auch so? Also ich kann wirklich die Menschen verstehen, weil es ist ja kein Einzelfall. Wir haben eigentlich hunderte von Einzelfällen. Und ich kann verstehen, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen, das kam auch in dem Beitrag schon deutlich raus, massiv angekratzt ist. Weil wir Sicherheit verlieren, weil wir die Zustände haben, die wir haben. Und ich kann absolut verstehen, wenn Tausende von Menschen dann friedlich auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich kann erst recht verstehen, dass sie einen Trauermarsch machen zu Tausenden. Solange sich das friedlich vollzieht, solange dabei keine schlimmen Dinge gemacht werden, ist das vollständig in Ordnung und wird von uns auch vollständig unterstützt. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich wirklich empört bin, wie sehr man die Menschen da jetzt stigmatisiert. Reden Sie mal mit Menschen in Sachsen, Sie haben es ja getan. Die sind außer sich und Sie sind es berechtigterweise, weil er einem ganzen Bundesland unterstellt wird, Sie würden Hetzjagden betreiben, von Zusammenrottungen redet Frau Merkel und weiß offenkundig nicht, wovon sie spricht, denn das hat es nicht gegeben. Darf ich da kurz nachfragen? Wer sagt, dass alle Sachsen rechtsextrem sind oder alle in Chemnitz? Wer hat das je getan? Ich habe das auch vor Ort ganz oft gehört und man steht dann da fasslungslos da, weil wir versuchen zu differenzieren. Das haben wir gerade auch getan, indem man ganz klar sagt, es gibt die besorgten Bürger, die mitgelaufen sind und dann gibt es die ganz klar zu identifierenden Neonazis. Also wer sagt denn, alle Sachsen sind plötzlich Rechtsradikale? Das kann ich Ihnen sagen. Zum Beispiel Jakob Auchstein, ein Ihnen auch bekannter Kolumnist, der empfahl, man solle vielleicht an den Grenzen Sachsens Schilder aufstellen, willkommen in Sachsen, wollte dann aber S und A großschreiben. Damit wird ein ganzes Land quasi als Nazis diffamiert. Oder nehmen Sie den neuen Spiegeltitel vom Samstag, kann sich jeder am Kiosk anschauen. Ihre Parteikollegin übrigens meinte, sei Zensur, wenn die Sachsen das dann nicht mehr, also Frau Roth, wenn die Sachsen das dann nicht mehr am Kiosk verkaufen wollen, weil die so die Nase voll davon haben. Das war Fake News, das wissen Sie, Herr Meuthen. Das war Fake News. Also wenn wir über Fake News sprechen, dann können wir bei Ihnen anfangen, dann können wir bei Frau Merkel anfangen. Frau Merkel redet von Hetzjagden und ihr eigener Parteikollege, ihr eigener Parteikollege Kretschmer sagt heute, Hetzjagden hat es nicht gegeben, es hat keinen zusammengerotteten Mob gegeben. Das ist Fake. Frau Merkel, oh doch, und Herr Seibert, die machen hier ganz massiv Fake. Und Ihre Pötter ist ja noch hoch spezialisiert darauf. Aber vielleicht eine Frage an Sie. Gerne. Hetzjagden, wie auch immer man das bezeichnet, was da stattgefunden hat. Wir haben Bilder gesehen von Menschen, die andere Menschen angegriffen haben, die Hass, die Hetze auf die Straße getrieben haben, die Menschen verfolgt haben, egal wie lange und egal wie weit. Finden Sie das in Ordnung, ja oder nein? Das ist die Frage, die ich Ihnen stelle. Keine andere. Ist das in Ordnung, was wir da gesehen haben, ja oder nein? Nein, selbstverständlich ist das nicht in Ordnung. Danke. Das hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Doch, genau darum geht es. Was Ihre Partei macht, ist dann zum Beispiel meiner Partei unterstellen, wir hätten damit irgendetwas zu tun. Ich will Ihnen etwas sagen, die AfD hat genau zweimal demonstriert. Nämlich einmal am Sonntag nach der Tat mit 100 Leuten für eine Stunde, absolut friedlich. Und dann hat sie einen Trauermarsch gemacht, da wurde dann aufgerufen, Kampf geht, Nazis und Ähnliches mehr. Und Sie, Sie sind lustvoll dabei, uns in diese Ecke zu stellen. Aus Ihrer Partei kommen Anwürfe, wir sollten unter Verfassungsschutzbeobachtung gestellt werden. Dann schauen Sie sich mal an, was Sie selbst sagen, was Ihre Parteikollegin Roth sagt, was Ihr Parteivorsitzender Habeck sagt. Und dann können wir noch mal über Verfassungsschutz reden. Wir können da gerne drüber reden. Über den Verfassungsschutz reden wir gleich noch. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Erstens haben Sie jetzt gerade gesagt, Sie distanzieren sich, Herr Meuthen. Und auf der anderen Seite haben wir aber, und ich war ja auch da, bei dem Trauermarsch gesehen, ganz vorne war Björn Höcke zu sehen, also aus der AfD. Und neben ihm sehen wir aber auch, neben dem oder beziehungsweise hinter dem Arm, das ist Lutz Bachmann, das wissen wir alle, der gehört zur Pegida. Und eigentlich gibt es doch bei Ihnen auch, ja sagen wir mal die Tendenz zu sagen, wir gehören nicht zusammen. Wieso marschieren Sie mit Pegida und auch anderen, wir hatten den Experten gerade im Film gesehen, der konnte die besser identifizieren als ich, also Freitalgruppen und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Gruppen es mittlerweile gibt. Also warum distanzieren Sie sich dann nicht? Nur mal eine Randbemerkung am Rande. Bei uns wird immer gesagt, wir marschieren, die anderen demonstrieren, wir marschieren. Sie demonstrieren mit anderen. Ich habe nicht marschieren gesagt. Doch, haben Sie gerade gesagt. Ja, ja, haben Sie gesagt. Gut, dann demonstrieren. Ist aber geschenkt. Machen wir das. Wie ein Trauermarsch. Richtig, ein Trauermarsch. Naja, gut. Naja, gut. Okay, das klingt. Das Wort marschieren wird üblicherweise in einem anderen Sprachduktus gemacht. Schwamm drüber. Schauen Sie, die AfD meldet einen Trauermarsch an. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Wir haben ein Versammlungsgesetz, dem kann sich anschließen, wer will. Die Pegida hat sich dem angeschlossen. Und ich muss Ihnen auch sagen, dieser Umgang mit Pegida, der gefällt mir auch nicht richtig. Nein, wir machen mit denen nicht gemeinsame Sache, um das klar zu sagen. Aber wenn wir ein gemeinsames Anliegen haben und wenn Pegida sich dazu entschließt, mit uns gemeinsam diesen Trauermarsch, jetzt verwende ich es selber, zu veranstalten, dann ist das so. Und das finde ich auch legitim. Es sind da übrigens vielleicht auch, wenn wir eine Demonstration machen, auch andere Leute dabei. Wir achten peinlichst darauf, dass es friedlich bleibt, soweit man das irgend tun kann. Dass irgendwelche Leute da mitgehen, die sich daran nicht halten. Kann passieren, ist übrigens nicht passiert. Sie haben ja mit Pegida auch zusammen aufgerufen. Es gibt ja auch das Plakat, wo das Logo von der AfD zu sehen ist und dann nebendran das Pegida-Logo. Und es gab eigentlich mal den Beschluss, dass es das von AfD-Seiten nicht geben soll. Also es dürfte Ihnen doch nicht nur nicht gefallen, sondern das müssten Sie doch eigentlich unterbinden. Also das haben wir am Partei intern auch durchaus diskutiert. Aber der Sächsische Landesverband, der dafür zuständig ist, weil es in Sachsen nun mal ist, der hat sich dazu entschlossen, das zu tun. Und ich finde, das kann man auch tun. Und wenn Sie diese Verquickung kritisch sehen, das dürfen Sie, dann muss ich Ihnen aber sagen, untersuchen Sie doch mal seitens der Medien überhaupt die Verquickung etwa der Linksaußenparteien wie Grüne, Linke und so weiter mit dem Antifa-Milieu. Da haben Sie es mit Gewalttätern zu tun. Da haben Sie es mit Leuten zu tun. Frau Göring-Eckardt, die kommt auf die grandiose Idee und schreibt, yes, ihr seid groß. Und meint damit, feine Sahne-Fischfilet. Die finden Sie groß. Lassen Sie mal auf, feine Sahne-Fischfilet. Feine Sahne. Feine Sahne-Fischfilet. Die Bullenhelme, sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Die nächste Bullenwache ist nur einen Steinwurf entfernt. Deutschland verrecke, das wäre wunderbar. Das finden Sie groß. Genauso wie Ihre Parteifreundin Claudia Roth, die auf Demonstrationszügen mitgeht, auf denen skandiert wird, Deutschland verrecke, Deutschland du mieses Stück Scheiße. Hat sie gemacht. Und Herr Habeck sagt, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Mit Deutschland wusste ich nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Und dann kommt Ihre Partei, und er erzählt heute einen von Heimatliebe. Das ist perfideste Heuchelei, was Sie veranstalten. Und das war Ihnen eine Masche, in diesen ganzen Moralien-Sauen geschwätzt. Da würde ich gerne mal ein bisschen genauer gucken. Auch in Ihrer Nicht-Abgrenzung zum Antifa-Milieu. Ihre europaabgeordnete Skarkiller geht hin, hängt sich eine Antifa-Fahne rum. Das sind Leute, die greifen uns körperlich an. Die schlagen Leute krankenhausreifend. Das ist Ihr Milieu. Vielleicht sollte man bei Ihnen mal beim Verfassungsgericht sprechen, und nicht bei uns. Jetzt haben Sie alles gesagt, nur noch nicht links-grün versifft. Aber jetzt bleiben wir doch mal bei den Vorwürfen, die er ja gerade geäußert hat. Und das sind ja nun wirklich Zitate, die auch wirklich so gefallen sind. Es gibt diese Bilder. Wir haben während des G20-Gipfels ja auch gesehen, dass die grüne Jugend sich mit der interventionistischen Linken solidarisiert hat. Also hat er da nicht einen Punkt? Also wenn Gewalt passiert, dann habe ich damit nichts zu tun. Ich bin 1989 auf die Straße gegangen bei einer friedlichen Revolution. Das war übrigens wirklich eine. Da ist nicht wie bei Herrn Gauland, der die jetzt gerade ausruft, der erst jagen wollte. Jetzt will er vertreiben. Wahrscheinlich solche Leute, wie mich. Letzen Sie sich doch mal von Antifa ab. Machen Sie doch mal. Sagen Sie doch mal, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid gewalttätig. Machen Sie doch mal. Wenn Sie mir dauernd reinquatschen, kann ich überhaupt nichts machen. Ich warte drauf. Wir haben heute ein Problem. Wenn Sie warten, dann warten Sie einfach mal. Ich habe mit Gewalt nichts zu tun. Ich muss mich davon auch nicht distanzieren. Ich kann, nee, muss ich auch nicht. Ich sage einfach, ich lehne Gewalt ab in jeder Form. Egal, wo es stattfindet. Egal, wo es stattfindet. Und das traf G20 genauso wie andere Sachen, die vorher passiert sind. Und ich habe das immer gemacht. Ich werde das auch immer weiter tun. Den Text, den Sie vorgelesen haben, die Band, um die da die Rede geht, hat selbst gesagt, da sehen Sie heute anders. Und darum habe ich gesagt, wenn jemand eine Haltung hat, wenn jemand sein Denken verändert, wenn jemand sein Handeln verändert, dann habe ich dafür höchsten Respekt. Wovor ich keinen Respekt habe. Wissen Sie, was da am Montag gesungen wurde? Kennen Sie die Texte? Darf ich jetzt? Die haben gar nichts verändert. Die machen das nach wie vor. Darf ich jetzt? Das sind Linksradikale. Bitte schön. Nein, das sind nicht Linksradikale. Die Bands, die da am Montag gesungen haben und die 65.000 Menschen, die da auf der Straße gewesen sind, übrigens vollkommen friedlich, die eine Schweigeminute gemacht haben und die die Schweigeminute ernst gemeint haben, die nicht versucht haben, das Andenken von Verstorbenen zu verunlimpfen. Das gilt nämlich für Daniel H., genauso wie für Sophia, wo die Verwandten gesagt haben, das, was da passiert ist, das hat mit den Menschen, die da gestorben sind, die da umgebracht worden sind, nichts zu tun. Das müssen Sie sich sagen lassen, Herr Meuthen. Das müssen Sie sich sagen lassen, weil Sie das Andenken der Verstorbenen missbrauchen. Ja, natürlich. Machen Sie Rockkonzerte mit Linkskonzerten? Nein. Da, wo das stattgefunden hat? Nein, Sie machen eben leider keine Rockkonzerte, wo friedliche Menschen aufstehen und Haltung zeigen, sondern was Sie machen, ist, im Parlament zu sitzen, im baden-württembergischen Landtag zu sitzen, einen Antisemiten zu schützen, Herrn Höcke zu schützen, in der Partei, in der Sie sind, der mit Pegida gemeinsame Sache macht und findet, dass die Gewaltaufrufe schon ganz in Ordnung sind, mit einem wegen Drogenmissbrauchs angeklagten Herrn Bachmann auf der Straße steht und wo sein bester Traum in Erfüllung geht, dass Pegida und die AfD sich zusammenschließen. Das machen Sie und damit spalten Sie unser Land. Genau damit spalten Sie unsere Heimat. Wenn man seine Heimat liebt, dann spaltet man nicht, dann ruft man nicht dazu auf, gegen die anderen auf die Straße zu gehen, sondern was miteinander zu machen. Und genau darum geht es, Herr Meuthen. Im baden-württembergischen Landtag, da hat die Partei der Grünen einen Untersuchungsausschuss, den wir beantragt haben, zu den wirklichen Terroraktionen in Hamburg vorbeigert. Und wissen Sie, warum die die vorbeigert haben? In Baden-Württemberg zu Hamburg. Richtig. Ich meine, da fällt Ihnen was an. Nein, wir wollten wissen, es waren etwa 1000 Leute aus Baden-Württemberg da und wir wollten wissen, wer hat das finanziert. Meinen Sie, Ihre Partei hätte dem zustimmen? Was ist mit Herrn Gedeon? Wissen Sie, warum? Was ist mit Herrn Gedeon? Herr Gedeon wurde aus der Fraktion ausgeschlossen, das wissen Sie. Und dass einer dafür gekämpft hat, wie nur was, war ich. Sie haben dafür gesorgt, dass er auf die Liste kam, wohl wissend, dass er ein Antisenit-Sondergleichen ist. Sie haben keine Ahnung vom Wahlrecht. Es gibt in Baden-Württemberg überhaupt keine Liste. Sie reden wieder einmal wie so oft dummes Zeug. Können wir zurück zur Sache? Es ist wirklich dummes Zeug. Es gibt keine Liste. Es gibt dort Erststimmenwahlrecht. Das versteht Sie nicht. Trotzdem könnten wir wieder zurück. Bisschen andere für Demokratie. Ganz kurz. Ich weiß, wir könnten drei Stunden über Gott und die Welt diskutieren, aber ich würde gerne wieder zurück zur Sache kommen, zu den wirklich ernstzunehmenden Vorfällen in Chemnitz. Angefangen bei dem Schlimmen. Wir wissen nicht, ob es Mord war, Totschlag. Das wird sich alles noch klären. Und was wir dann eben bei den Demonstrationen, bei dem Trauermarsch in Teilen gesehen haben. Es gibt nun mal die Bilder, wo Menschen den rechten Arm heben. Es gibt auch Jagd auf Menschen. Es gibt davon Bilder. Ich habe mit Augenzeugen auch vor Ort gesprochen, ob man das nun Hetzjagd nennen muss. Jetzt müssen wir hier keine Semantik betreiben, aber das ist passiert, dass dort Menschen mit Migrationsvordergrund oder die anders aussahen auch verfolgt worden sind. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Meuthen. Was tun Sie gegen Rechtsextremismus? Und ich sage mal, wir tolerieren ihn nicht in unserer eigenen Partei. Wir haben immer wieder erlebt, dass sich Menschen bemüht haben, in unserer Partei Fuß zu fassen, die diesem Milieu angehören. Wir haben sie konsequent alle immer aus der Partei entfernt. Und wir tun das überaus erfolgreich. Und wir gucken da sehr viel genauer hin bei der Parteiaufnahme, als andere Parteien das tun. Und über die Partei hinaus, also in der Gesellschaft gibt es, Samy Deluxe hat ja gesagt, wo habt ihr eigentlich die letzten 30 Jahre gelebt, Rassismus gibt es immer und zwar jeden Tag, gerade für jemanden mit einer anderen Hautfarbe und er weiß, wovon er spricht. Was tun Sie um die Gesellschaft sozusagen, ich glaube nicht, dass wir uns davon befreien können, aber eindämmen. Was tut Ihre Partei? Wir arbeiten daran, dass wir ein gesellschaftspolitisches Klima bekommen, das mit dieser Regierung freilich nicht geht. Wir können relativ wenig gestalten, weil wir sind das, wissen Sie, in der Opposition. In der Opposition können Sie Politik nicht gestalten. Wir können ja auch einen Untersuchungsausschuss zum Rechtsextremismus machen, nicht nur zum Linksextremismus. Ich bin sofort dabei, wenn wir Untersuchungsausschüsse, Untersuchungsausschüsse untersuchen, Behördenversagen. Und ich bin sofort dabei, wenn wir Untersuchungsausschüsse sowohl zu Linksextremismus als auch Rechtsextremismus machen, weil beides ist gleichermaßen abzulehnen. In Baden-Württemberg haben Sie ja einen Antrag eingebracht. Der ist abgelehnt worden, ja, genau. Aber Sie haben einen eingebracht zum Linksextremismus, zur linksextremistischen Gewalt. Jetzt könnte man einen zur rechtsextremistischen Gewalt einbringen. Aber dazu müssten wir erst mal mehr rechtsextremistische Gewalt haben. Wir haben doch extrem viele extremistische, rechtsextremistische Gewalt. Viel mehr als Linke. Politisch motivierte Gewalt ist bei den Rechtsextremen, sagen die Zahlen von der Polizei, vom Verfassungsschutz, höher als die bei den Linken. Wollen wir wirklich über die Polizeikriminalitätsstrategie reden? Wollen wir nicht, aber die Zahlen sind trotzdem höher. Das kann ich Ihnen also schöner sagen. Aber jetzt noch mal die Frage, was wollen Sie tun zum Thema Rassismus? Aber bestreiten Sie das, dass es das gibt? Selbstverständlich bestreite ich das. Das ist rechtsextreme Gewalt? Nein, das bestreite ich nicht. Das haben wir doch gesehen. Dass es mehr ist als linksextreme Gewalt? Das bestreite ich massiv. Über die Linksextreme wird nicht berichtet. Wenn mein Parteifreund Uwe Junge von Antifa-Leuten zusammengeschlagen wird, dass er mehrere Operationen hat, dann wird darüber schlicht nicht berichtet. Wenn unsere Häuser angegriffen werden, mit Farbbeuteln verunschaltet werden, wenn unsere Autos abgefackelt werden, wenn Radmuttern gelöst werden und die Leute setzen sich anschließend rein, dann wird darüber in den deutschen Medien nicht berichtet. Es ist alles polizeiaktenkundig. Es ist alles polizeiaktenkundig. Es glauben Sie, auf diese Platte zu spielen, das glaubt Ihnen kein Mensch. Wir können es ja belegen, dass es so ist. Also die Zahlen vom Verfassungsschutzbericht, ich nenne sie jetzt einmal 2017, politisch motivierte Kriminalität, links 6.393, rechts 16.467. Jetzt können wir lange über den Verfassungsschutz reden. Das tun wir nicht, sondern in aller Kürze wollen wir das auch noch unterbringen. Denn jetzt gibt es die Debatte, Katrin Göring-Eckardt, soll die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ja oder nein? Über 50% der Deutschen sagen ja, die Grünen sagen auch ja. Warum eigentlich? Bei den Linken wollten sie es nicht. Also wir sagen, der Verfassungsschutz muss das ja erstmal selber entscheiden, aber es spricht sehr viel dafür. In Hamburg hat der Verfassungsschutz, der Landesverfassungsschutz, um den geht es ja dann immer, gerade gesagt, es hat eine Anmeldung zu einer Demonstration gegeben, eine Merkel-muss-weg-Demonstration, und es wurde festgestellt, dass die Anmelder nachweislich sehr enge Kontakte zur AfD haben und deswegen hat der Hamburger Verfassungsschutz gesagt, diesen Konnex gibt es und deswegen muss beobachtet werden. Wenn ich mir das anschaue, was es an Verbindungen gegeben hat, auch in Chemnitz, auch bei diesen Demonstrationen, dann sage ich, dann muss der Verfassungsschutz dich damit beschäftigen. Ich bin jetzt kein Fan vom Verfassungsschutz. Ich habe da auch nicht wahnsinnig viel Vertrauen, insbesondere wenn ich mir anschaue, dass der Chef des Verfassungsschutzes scheinbar immer wieder Gespräche mit AfD-Vertretern führt. Das ist nicht der Punkt, wo ich sage, da wird sich irgendwas tatsächlich verbessern und da werden wir tatsächlich große Aufklärung finden. Aber wenn der Hamburger Verfassungsschutz beispielsweise sowas feststellt, ist es richtig. Also Sie meinen, wenn Menschen eine Demonstration anmelden, das haben Sie gerade gesagt, und dann stellt sich heraus, Sie haben Kontakt zur AfD, dann gehört der Verfassungsschutz eigentlich. Haben Sie gerade gesagt? Ja, die Person, also ich habe mir das nur zitiert, was der Landesverfassungsschutz gesagt hat und der hat von rechtsextremen Personen geredet, die diesen Kontakt haben. Und wenn dieser Konnex besteht zu rechtsextremen Personen, dann hat der Verfassungsschutz in Hamburg, offensichtlich, das habe ich ja jetzt nicht gemacht, ich bin auch da gar nicht Mitglied. Wollen wir uns da nicht darauf verständigen, dass wir Linksradikale beim G20 in Hamburg die halbe Stadt in Schutt und Asche legen? Ist das furchtbar übrigens, ist das ganz, ganz furchtbar. Ja, das ist furchtbar, dass wir dann da vielleicht auch mal schauen, wer die unterstützt hat. Das kann ich Ihnen nämlich sagen, also ein SPD, Grüne, Linke. Diese Verbindung gibt es und das wollen wir genauer. Herr Meuthen, hören Sie auch mit dem Zeug. Das ist kein Zeug. Niemand von SPD, Grünen oder Linken hat Gewaltexzesse in Hamburg in irgendeiner Weise unterstützt, sondern im Gegenteil. Wie kommen die Leute da hin? Das kann ich Ihnen sagen, mit bezahlten Bussen. So, das könnte man jetzt an dieser Stelle, machen wir jetzt mal einen Strich drunter, denn das wird Ihnen ja genauso unterstellt und von Unterstellung haben wir jetzt auch genug. Ich finde, das war ein ganz guter Streit hier in diesem Sinne zum Thema auf diesem Sofa. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, weder Links noch Rechtsextremismus geht und alle Menschen, die auf die Straßen gehen, die sich für, sagen wir mal, eine offene, tolerante Gesellschaft einsetzen und gegen die Extremen demonstrieren, die muss man gar nicht erst in Boxen packen, sondern das sind alles gestandene Demokraten. So, in diesem Sinne, danke für dieses Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.